Hallo liebe Freunde der Natur und willkommen zurück im Ardenwald. Wir sind gerade mit Nia hier unterwegs am Herzholzhain. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können den Herzholzhain nicht in diesem Zustand lassen. Okay. Der Herzholzhain sollte seine Anima aufgeben, damit andere Haine überleben konnten. Aber dann sah ich immer öfter diese Masken bei vielen der anderen Fae. Bald trugen alle sie. Ich weiß nicht, was über sie gekommen ist, aber es ist klar, dass sie uns schaden wollen. Bitte, ihr müsst... Es sind nicht die Freunde, die ich deins kannte. Nicht mehr. Die Masken. Was sind sie? Einer meiner Aufgaben im Herzholzhain war es, mich um die Quildsamen zu kümmern. Einige wurden auserwählt, um nach Tinnaval zurückgebracht zu werden. Aber jetzt entziehen die maskierten Fae ihnen die Magen-Anima. Wir müssen die übrig gebliebenen retten. Ich flehe euch ein und an. Bergt alle Überlebenden wildsamen, die ihr finden könnt. Die Geister in ihrem Inneren wurden dazu auserwählt, wiedergeboren zu werden. Ich werde nicht zulassen, dass sie hier dahin siechen. Das kann nicht wahr sein. Wir sollten das Herz des Heinz nach Tinnaval bringen, als wir diesen Ort zum Verdorrenen überließen. Die maskierten Fae schlugen zu, bevor das geschehen konnte. Sie müssen hinter dem Herz des Heinz her sein. Das Herz enthält all die Anima, die die anderen Haine retten sollte. Wir dürfen sie nicht verlieren. Könnt ihr sie sicherstellen? Ich muss Korrent ausfindig machen, einen unserer Heiler. Seine Fähigkeiten werden allen Überlebenden helfen, die wir finden. So viele fort. Ich suche nach Überlebenden. Trefft mich tiefer im Hain. Okay. Hier, du da. Kannst du mal aufhören mit dem Mist? Fließt euch uns an oder sterbt. Äh, es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Hast du schon mal Dämonen gesehen? Verdorren, Naturschaden. Für die nächsten acht Sekunden, Blutsauger. Uh. Das ist natürlich heavy. Das ist heavy. Aber natürlich auch sehr schön. Komm, wir versuchen das jetzt einfach mal. Hallo. Die Meister erheben Anspruch auf den Wald. So, jetzt haben wir Seelenfäule. Und jetzt kann ich alle gleichzeitig aussaugen. Und es kostet mich kein Mana. Was natürlich heftig ist. Weil Blutsauger ein echt starker Angriff ist. Der Wald holt mich. So. Bitte waschen vor den Masten. Das hat ein Besessener gesagt. Interessant. Na komm. So, was macht der hier eigentlich? Ein schwachleuchtender Samen. Esst mich. Wirkung unvorhersehbar. Toll. Großartiges Gefühl. Ihr fühlt euch größer. Äh, okay. Wem? Ey, hier. Ihr hier drüben. Hi. Ja, noch nicht ganz. Aber, ähm. Der Trend ist auf jeden Fall zu sehen. Da geb ich euch recht. Äh, hi Freunde. Na ja, wir haben hier anscheinend ein wenig Hilfe von einem Elidari, beziehungsweise einem Dämonenjäger. Auch witzig, wenn Hexenmeister und Dämonenjäger zusammenarbeiten eigentlich. Wobei beide ja mehr oder minder, also der eine macht sich die Dämonen halt zunutze. Und der andere will sie, glaube ich, ausrotten, indem er sich die auch zunutze macht. Also so gesehen sind sich Hexenmeister und Dämonenjäger gar nicht so unähnlich. Jetzt nutzen die Dämonen nur anders. Der Dämonenjäger geht da nochmal gefühlt einen Schritt weiter. Ah, so einen muss ich mir auch mal noch irgendwann erstellen. Äh, Herz des Heinz gefunden. Das ist vermutlich mal hier drin, würde ich sagen. Korrent. Ist der tot? Er hat das Herz. Scheiße. Greno. Maskiert. Schleiermoor. Ich bin echt nicht gemacht für sowas. Ich hab den einmal getroffen und ich fand ihn nett und jetzt bin ich schon traurig, dass er gestorben ist. Das ist, also ich bin eigentlich auch traurig, wenn irgendjemand stirbt, den ich nicht kenne, aber das wird nochmal um so vieles stärker, selbst wenn ich ihn nur kurz getroffen hab. Warum greifen sie uns an? Danke. Ich habe mich so bemüht, sie zu retten. Aber sobald sie die Maske aufsetzen, gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen uns aufteilen und so viele Wildsamen wie möglich retten. Ihr habt noch weiter, noch mehr Wildsamen gefunden. Sie sind so schwach. Ich kann es nicht ertragen, sie so zu sehen. Wir müssen hier fertig werden, wenn sie so bald wie möglich nach Tirnaval bringen. Korrent ist weg. Und das Herz des Heinz wurde mitgenommen? Dann gibt es viel zu tun. Mein Hein. Wir holen das Herz des Heinz zurück. Das schwöre ich. Wir müssen retten, wen wir können. Der Droman des Heinz trägt eine der Masken. Ich fürchte, er wird alle Anime aus dem Herz des Heinz saugen. Diese Anime ist für die anderen Heine des Waldes bestimmt. Wenn wir sie verlieren, dann hätten wir den Herzholzhain umsonst verloren. Wir werden einen Weg zum Schleiermoor ebnen, um den Droman zu finden, bevor es zu spät ist. Viele dieser maskierten Fähe haben die Anime des Herzholzhainz gestohlen. Wir müssen sie unterwegs wiederfinden. In dieser Dürre ist jedes bisschen Anima kostbar. So viele fort. Der Königin sei Dank. Ihr seid da. Korrent. Ich kann nicht glauben, dass er... Wir müssen retten, wen wir können. Droman Krellnor ist zu stark. Als dass wir ihm... Dass wir ihm allein gegenüber treten könnten. Ich habe ein paar andere Überlebende gesehen, die im Hallen verstreut sind. Beeilung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das kann nicht wahr sein. Okay, let's go. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir denen hier helfen. Üble Magie. Ein vertrauter Feind. Dankbarkeit erblüht im Sturm. Unsere Pfade treffen sich im Sumpt. Ah, Entschuldigung. Ähm, ja. Damit hätten wir die Wächterin gerettet. Jetzt müssen wir nochmal ein paar Animazapfen hier besorgen. Und sind dann auf dem Weg zu Tesan. Den ich ja auch gerne retten würde, weil... Er ist ein süßer Wolf. Und auch den haben wir schon getroffen und kennengelernt. Das sind die fiesesten Fae, die ich je erlebt habe. Ich brauche ein Ziel. So. Tesan ist irgendwo unter uns. Der hat ja auch gerade schon geredet. Schauen wir mal. So, noch ein paar Animazapfen hier besorgt. Irgendwo hier unten drin ist er vermutlich. Ach, jetzt habe ich den Falsch wieder angegriffen. Naja. So. Haben wir das? Tesan, komm. Danke. Ich gehe vor. Ich denke mal, ihr könnt etwas Hilfe brauchen. Die Logik habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wenn du vorgehst, um schon mal zu helfen bei etwas, was wir gleich noch machen werden, dann verstehe ich es. Aber du könntest auch mit uns kommen und uns bei dem helfen, was wir gerade tun. Das wäre auch eine Hilfe. Aber ja. Ist völlig okay. Alles gut. Huh, die sind süß. Hallo. Komm, Wagenmeisterin. Du bist tot, oder? Scheiße. So ein Dreck. Wir müssen retten, wen wir können. Deravin. Ich darf sie nicht auch noch verlieren. Wir können die Animazapfen verwenden, um sie zu retten. Mein Hein. Meine Freunde. Okay, äh, Animazapfen, dann müssen wir mal noch ein paar davon sammeln gehen. Neun Stück, um genau zu sein. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ihr Animazapfen-Diebe. Ich möchte euch die Animazapfen wieder abnehmen. Gibt sie mir. Gibt sie mir. Fäulnis-Flieger. Die wird keine haben. Hast du welche? Ne, das sind wieder nur die Besessenen. Mh, ja. Die ist natürlich ungünstig. Hier. Hi. Hier du. Gib mal her. Los. Was, was du bei dir trägst. Alles. Das ist ein Überfall. Warum greife ich denn auch immer die Viecher mit an? Das will ich doch gar nicht. Wahrscheinlich irgendwas hiervon. Verspottet das Ziel. Hm. Verspottet das aktuelle Ziel, wenn es den Lehrmweindler nicht angreift und verspottet alle Ziele, die den Meister angreifen. Freiheit für die Meister. Sehr spannend. Na ja, dann muss ich leider so einen Moor, Runen, Hirsch mit töten. Das ist leider so. Aber wir brauchen immer noch drei Zapfen. Muss ich die Zapfen jetzt noch selber zapfen oder was? Gibt es die im Fass? Ich fürchte mal einfach mal, dass hier eben auch noch andere Spieler unterwegs waren. Die haben wir ja auch zwischendurch gesehen und deswegen war hier gerade ein bisschen Ebbe. was Gegner angeht. Dann sorgen wir mal dafür, dass die Ebbe ein bisschen aufrechterhalten bleibt. Aber hier nach sollten wir dann genug Zapfen haben. Jawohl. Einer hätte gelangt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Besessenen uns noch mehr Welt nehmen. So viele Animazapfen verloren. Immerhin konnten wir diese bergen. Beeilt euch. Wir können die Animazapfen, die wir gesammelt haben, zu Deravins Rettung verwenden. Ich weiß, dass sie für die Wildsamen gedacht sind. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass diese Monstern noch jemanden wegnehmen. Scheiße sind die. Vor allem die Wächter und so sind ja eigentlich voll cool. Aber diese dummen Masken scheinen die ja komplett... Ne? Soviel dazu. Ah, da unten ist der Droman Krellnor. Na gut, dann. Let's go. Da ist das Herz des Heinz. Wir müssen es zurückbekommen. Für all diejenigen, die gefallen sind. Dunkelheit umklammert das Herz von Droman Krellnor, so wie er das Herz des Heinz umklammert. Anima wird dem Herz entzogen, wie Nektar aus reifen Früchten. Das muss aufgehalten werden. Bösartige Magie versperrt den Weg. Anima in Gefahr. Anima die Erlösung. Fleht Tesan an. Eine alte Seele, randvoll mit Anima. Der Funken, der unsere Hoffnung entzündet. Auch der größte Sturm. Willkommen im Adenwald. Mir gefällt nicht, wie ihr mich anseht. Wer seid ihr? Das hatten wir schon, ne? Ja. Ihr müsst etwas eurer Anima darauf verwenden, die Dromanenbarriere zu zerstören. Seid frei. Ihr wollt meine Anima? Warum können die Tiernen das nicht tun? Dunkelheit kommt. Das Licht der Sterne ist unser Schild. Gegebene Anima kehrt wieder zurück. Na, ich hoffe, dir passiert nichts. Jawoll. Sehr guter Plan. Bin dabei. Schade, der ist auch zu süß. Ich glaube, die Grute ist ein bisschen sauer. Zurecht. So. Alle werden sich beugen. Alle werden fallen. Nein. Das werde ich hoffentlich zu verhindern wissen. So. Der ist ein bisschen stärker, aber... Nicht mehr lang. Was ist das nun? Ja, aber je? Hä? Ach, Leute. Aber warum hat denn das jetzt wieder nicht gezählt? Ist mir gar nicht aufgefallen bis gerade. Darf das hier wieder keiner von denen machen, oder was? Muss ich das jetzt irgendwie ohne... Wir müssen retten, wen wir können. Ja. Äh. Ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir entweder warten, bis der respawnt. Wir haben keine Zeit zu verhindern. Oder ich weiß auch nicht. Haben wir irgendein Item bekommen? Nee. Schleierstoff. Äh. Ja. Das ist jetzt, ähm, natürlich... Ja. Wir geben, was wir können. Hi. Ich bin eine Seele. Ja, ja. Das ist jetzt zu. Jetzt, ähm, muss ich doch glatt mal schauen. Wie heißt denn die Quest? Das Herz. So. Rückholen. Bug. Ah, ja. Offensichtlich ist das bekannt. Ist zumindest eine der Google-Vorschläge gewesen. Tried dropping the quest and re-killing, no success. Tried, tried dropping, re-logging, re-killing and no success. Tried to leave the area and coming back, no success. It eventually worked when I moved the mob away from the center of the lake towards the NPCs when it finally completed. All right. The friendly NPCs outside of the middle area when the mini-boss dies. The trigger happens when she runs back into the middle area and it repels her. The easiest way to do this is to drag the mini-boss anywhere outside of the middle area, making sure your friendly NPC follows you. Okay, also das ist definitiv schiefgegangen in irgendeiner Form. So was finde ich natürlich extrem ärgerlich. Vor allen Dingen, weil das müsste doch inzwischen mal bekannt sein. Oder nicht? Also dass das verbuggt ist. Dann kann man das doch mal fixen. Das ist mitten in der Main-Story. Also jeder, der neu mit Shadowlands anfängt und hier reinläuft. I'm sorry, aber das kann es doch nicht sein. So, jetzt hängt sie immer noch hier rum. Äh. Ich versuch's jetzt mal mit ausloggen. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir das irgendwie mal hinbekommen haben hier. So, ich bin mal ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Anscheinend ist der Typ jetzt zumindest wieder aufgetaucht. Äh. Da steht er. Ich denke mal, wenn ich jetzt nicht mit dem rede, kann ich den dann angreifen. Ja. Also den hier einmal hierher locken. Okay, vielleicht funktioniert das. Schauen wir mal. Nehmen wir mal die Teufelswache noch dazu. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert, obwohl hier so ein schwarzer Pfuhl in der Mitte noch ist. Aber hoffen wir es mal. Aber wie kann man denn sowas... Also das verstehe ich nicht. Das ist ja... Also qualitätsmäßig ist das ja kompletter Scheiß. Wer kitet den denn hier raus? Oh, Nia. Es tut mir leid. Ohne die Anima des Herzens werden so viele wildsamen Daben. Hoffnung erwächst aus Asche. Der Zyklus geht weiter. Immer. Warum das jetzt hier immer noch passiert, weiß auch keiner. Ah, danke. Jetzt ist endlich auch alles wieder richtig. Meine Güte. Ne, also das verstehe ich nicht, wie das noch nicht gefixt sein kann. Es ist inzwischen... Zeitpunkt der Aufnahme ist Mitte Januar 2021. Shadowlands kam wann raus? Das ist doch locker zwei Monate her oder so. Da wird man doch mal so einen Bug in der Hauptstory fixen können. Naja, solange es ein Workaround gibt. Schade. Wir haben so viel verloren. Warum sollte irgendjemand so etwas tun? So viele meiner Freunde sind in den Zyklus zurückgekehrt. Nur wegen dieser seltsamen Masken. Warum haben sie meine Freunde an sich gerissen? Welchen Sinn hatte es, das Herz meines Heinz zu zerstören? Ihr müsst nach Tirnaval zurückkehren und Roman in Taschmo berichten, was hier geschehen ist. Irgendwann werde ich mich auf den Weg dorthin machen. Ich brauche nur etwas Zeit, um mich zu verabschieden. Hups. So viele fort. Wir treffen uns in Tirnaval. Ich muss mich nur noch verabschieden. Ist es wirklich ungefährlich? Wir sind noch eine Menge maskierte Fae. Schon gut, Tisan. Geht ruhig. Naja, ich bleibe besser bei euch. Zum Schutz. Das klingt nach einem guten Plan, Tisan. Danke dir dafür. Abgehört. Die Ravin und Korinth hatten es mit Streichen. Stimmt das? Ach, das eine Mal mit Traumweber. Na, jetzt verwickelt er sie in ein Gespräch. Das ist auch nett von ihm. Um sie ein wenig abzulenken. Auch wenn sie natürlich dabei über die redet, die sie verloren hat. Aber... Dennoch. Das ist jetzt aber natürlich super ärgerlich, weil der Herzholzheim ist damit unnötigerweise verloren gegangen. Und das ist sehr schade. Ja, hier ist ja ganz schön was los. Wer seid ihr? Die Königin ist bei dir. Und treuend vom Sternenlicht. Schatten zeichnen sich über dem Wald ab. Vorboten der kommenden Tragödie. Der Fluss des Schicksals fließt schnell. Seine Ströme unaufhaltsam. Wohin sie führen, kann niemand erahnen. Wenn wir flüstern, euer Schicksal. Zack, schon sehe ich ein bisschen anders aus. Breitet eure Wurzeln aus. Zephyre kündigen den... Äh... Zephyre? Ich weiß nicht. Kündigen die Ankunft der Königin an. Gedämpfte Stille senkt sich über den Hain. Wartet. Beobachtet. Und sprecht, wenn die Zeit gekommen ist. Winde flüstern, euer Schicksal. Sieh einer an. Was haben wir denn hier? Ich bin bereit, die Wintergönigin zu treffen. Immer ein Vergnügen. Ich bin bereit, dass ich sie nehmen. Ich bin bereit, die Wintergönigin zu retten. Ihr seid besonders, nicht wahr? Dann wird sie die Zeit haben, euch eine Audienz zu gewähren. Super. Welch geistig wilde Jagd beschützt den Artenwald im Namen der Königin. Jede helfende Hand erleichtert ihre Last. Dann haben wir jetzt anscheinend auch mal Nebenquests. Unser Nachbarhain am Schimmerkaskadenbecken hat eine verzweifelte Bitte um Gormgris geschickt. Warum haut ihr mir denn so viele Wörter um die Ohren, die ich nicht aussprechen kann? Der Gris mag keine besonders edle Herkunft haben, aber er ist eine wichtige Zutat für unsere Handwerker. Je länger diese Dürre anhält, umso schwieriger ist er zu beschaffen. Ich würde ihnen gerne mit den Ressourcen, die wir erübrigen können, helfen. Bitte macht Meister Shaloh an den ruhigen Teichen aus, finde ich. Ihr hütet dort unseren kleinen Gormlingbestand. Bittet ihn um mehr Gormgris. Gries? Vertraut euren Instinkten. Gries? Keine Ahnung. Äh, war hier hinten nicht noch eine Quest? Ich hab doch noch irgendwas gesehen. Vielleicht haben nur mehrere diese Quest anbieten können. Ne, jetzt taucht sie wie... Was? Manchmal, ne? Ach, hier. Bleibt. Hört zu. Habt ihr einen Moment Zeit, mein Freund? Vor kurzem hat ein Sylvar namens Patrick unseren Rhein um Hilfe ersucht. Er hat gesagt, sein Dorf würde von den Gorm angegriffen und tiefe Gefahr auseinanderzubrechen. Ich habe ihm erzählt, dass wir zwar keine Soldaten entbehren können, aber seine Leute bei uns Zuflucht finden. Jetzt ist deine Abreise allerdings schon eine Weile her und ich habe seitdem keine Nachrichten aus diesem Gebiet erhalten. Könntet ihr die Sache für mich untersuchen? Er kam aus dem Nordosten. Ruhige Träume. Hab ich Patrick gesagt? Der heißt Partik. Entschuldigt. Gut, dann gehen wir jetzt erst einmal Richtung Partik. Äh, Partik. So. Und, äh, schau mal. Was der so getrieben hat und was von seinem Dorf noch übrig ist. In den aktuellen Zeiten muss man ja mit dem Schlimmsten rechnen. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl. Hatte dir eine Maske auf? Ja, ja, hatte er. Sprecht frei heraus. Nein. Nein. Was geschieht hier? Was ist mit den Dorfbewohnern los? Sie verhalten sich, als wären sie besessen. Einige meiner Leute sind noch am Leben. Wir müssen sie retten. Die Gefangenen sind in Käfigen auf dem Bergkamm verteilt und warten darauf, dass sie das gleiche schlimme Schicksal ereilt. Bitte befreit sie. Wir können nicht zulassen, dass ihnen das gleiche wieder erfährt wie Lavrasch. Für Königin und Hain. Das Dorf. Meine Freunde. Fort. Sie sind nicht mehr. Ich bin vom Hain in der Nähe zurückgekommen und habe sie so vorgefunden. Sogar Lavrasch, mein bester Freund. Er ist auf mich los, mit nichts als Gewalt in seinem Herzen. Sie haben jetzt alle diese Masken auf und sind nicht mehr sie selbst. Erlöst sie bitte von diesem Schicksal. Bringt mir ihre Masken. Dann können wir dieses Mysterium vielleicht auflösen. Trefft immer ins Schwarze. Okidoki. Ja, die Masken sind natürlich echt Schiete. Was haben wir hier noch? Ein zerfleddertes Tagebuch. Ihr entdeckt ein kunstvoll gefertigtes und recht abgenutztes Tagebuch. Beim Durchblättern der Seiten wird euch klar, dass es einer unbedeutenden... Moment. ...einer bedeutenden Person dieser Gruppe von Nachtfälle gehört haben muss. Die letzten Seiten wurden aus dem Buch herausgerissen. Wenn sich die fehlenden Seiten finden ließen, könnte es Partik vielleicht gelingen, herauszufinden, was hier vorgefallen ist. Ok. Tagebuchhammer. Käfighammer. So. Schauen wir mal, wie schnell wir hier noch durchkommen. Hier ist auf jeden Fall schon vieles tot. Und da oben steht einer. Ich schätze mal. Jawohl, Klassiker. Tagebuchseiten. Achso, ne, hier ist sogar noch was anderes. Ah doch, es sind Tagebuchseiten. Zerfledderte und zusammengeknüllte und befleckte. So. Genau, die Masken brauche ich. Hä? Keine Käfige mehr da. Gar nichts mehr da. Hier ist einer. Aber irgendwie... Ja. Ist das hier recht trostlos, weil hier... Keiner mehr ist. So, jetzt brauche ich nur noch die Tagebuchseite. Die müsste doch genau hier irgendwo liegen. So, die haben wir. Und dann wieder zurück. Also, das mit den Masken scheint so ja noch ein paar Ewigkeiten zu dauern, was? So. Hier unten drin, würde ich sagen. Nein. Noch tiefer. Okay. Hallo. Warum hast du eine Maske auf? Das würde mich mal interessieren. So. Ah ja, hier. Hier haben wir auch mal wieder ein paar. Allerdings nicht mehr lang. So. Zack, dann haben wir das auch. Jetzt muss ich nur noch die Tagebuchseite finden. Gormenmaterialchen. Da oben. Ja, ansonsten ist hier unten ja auch wieder nichts los. Jetzt, ich vermute mal, dass diese Gormen... Viecher alle eigentlich auch wirklich tot sind. Sonst wären die ja mal inzwischen despawned. Also, die liegen wirklich hier einfach rum. Aber normalerweise sind hier halt noch ein paar Maskierte unterwegs. Die jetzt erst so langsam wiederkommen. So. Robe hatte ich schon gewechselt. Ja, jawohl. Sehr schön. Na ja, dann besorgen wir jetzt einfach noch ein paar Masken... ...in der Overtime. Oh. Fehlen schon nur noch fünf. Das ist nicht mehr so viel. Muss man halt nur hoffen, dass hier irgendwo dann noch welche sind. Aber die scheinen ja gefragt zu sein. Ich frage mich, ob das so ein Fall ist, wo man später, wenn man Level 60 ist und irgendwie... ...keine Ahnung, halt mit dem Story-Teil durch ist und sowas... ...ob man dann hierher zurückkommen kann... ...und es dann einem irgendwie was nützt, hier täglich Masken zu sammeln oder sowas. Aber gut, das ist eh nur eine Nebenquest. Die könnte man theoretisch überspringen. Da finde ich das nicht mehr ganz so schlimm. Aber bei einer Hauptquest... ...wäre das wirklich, wirklich nervig, wenn man hier ständig... ...um diese Maskenträger konkurriert. Weil 15... ...ist schon nicht... ...wenig, ne? Das sind ja 15 Gegner, weil man ja nur eins pro Gegner bekommen kann. Komm du mal her, bitte. Hier, falls du auch noch welche brauchst... ...okay. Hier wäre noch eine. Offensichtlich... ...nicht so. Na gut. Dann haben wir das zumindest geschafft. So, dann bringen wir das noch eben zurück zu... ...Partic. Und dann sind wir auch durch für heute. Für diese Folge. War ja auch ein bisschen was. So. Genau, hier Tagebuch und die anderen zwei. So wenige. Aber jeder ist ein weiterer Freund, der uns gegen diesen Wahnsinn beistehen kann. Huhu, sehr schön. Level 58. So viele sind gefallen. Ich dachte nicht, dass ich so lange weg gewesen wäre. Dämonischen Tyrannen beschwören kann ich jetzt. Cool. Das ist wahrscheinlich irgendwie besser geworden. Diese Masken müssen ein Geheimnis bergen, das mit der Besessenheit zu tun hat. Was habt ihr denn da? Partic. Doch, war richtig. Lies sich eigentlich die letzten Seiten durch und erbleicht. Dieses Tagebuch gehörte einst Levore, dem Anführer unseres Heinz. Hier steht, dass er etwas gefunden hat, das beim Kampf gegen die Gorm geholfen hat. Aber was ist, wenn diese Hilfe dieses ganze Chaos erst verursacht hat? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Kommt mit mir ins Dorf oder das, was davon übrig ist. Gebt auf die Schatten acht. Achso, jetzt muss ich auch noch hinter dem Herder laufen. Ich kenne eine Abkürzung zum Dorf. Hier lang, schnell. Okay. Na gut, dann laufen wir ihm mal hinterher, weil... Achso. Verschwindest wieder auf dem Weg einfach, weil es zu anstrengend war, das bis hier hin zu programmieren, dass er bis hier läuft. So, da sind wir am Dorf. Mit dieser... Ja. Konstellation verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschü-hüß. 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 Vielen Dank.